Dieses zu erwerbende Siebenzimmer-Einfamilienhaus liegt in Tönes Forst. 1970 wurde dieses Gebäude erbaut. Es hat eine Gästetoilette und einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 669 m² bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 200 m². Das Haus steht für 399.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Siebenzimmer. Ich habe diese Schütze mit dem Säden für die곳-Würgingen Dich im Paulus. Ich habe das Schütze in den Säden-Güßel. Hier ist die Schütze zu verte.